Das ist ein Fohlen, was sich schon so beim Reinkommen eigentlich mit einer sehr guten Energie zeigt, schöne Oberlinie, auch eine ganz gute Genickhaltung, sehr leichtfüßig. So, der Takt im Galopp ist eigentlich ganz gut, Schmeidigkeit könnte etwas besser sein im Galopp. Trab hier das Stück, das war schön, gut im Takt, und der sah jetzt wieder etwas geschmeidiger aus. Tölder war ja schon beim Reinkommen gesehen. Aber nochmal, es zeigt sich, dass ich auch noch mal... Ja... Ja, also wenn es kann sich so, wenn es langsamer läuft, ist die Bewegung nur so mittel, aber wenn es so das Tempo im Gang halten kann, dann sieht das ganz gut aus oder wenn es richtig antritt, dann kommt es eigentlich auch mehr aus der Schulter. Also, das hat mehr Möglichkeiten, glaube ich, als man jetzt so sieht. Es waren immer so Momente, wo man dachte so, ja, da kommt es ganz gut aus der Schulter. Wobei es so überwiegend, dass jetzt... Jetzt ja nicht so... Sich so extrem zeigt, weder von der Ganghöhe noch von der Gangweite. Aber ich glaube, dass es das eigentlich schon kann. Also, man sieht das zwischendurch immer wieder. Wir lassen sie einfach noch mal ein bisschen laufen. Ja, so wenn es so langsam mal eben hertöltet, wie gesagt, ist die Bewegung eher so mittel. Und wenn es dann aber mal so ein bisschen zutritt, dann sieht die ganz gut aus. Ja, genau, dann können wir mit einer Hand wechseln oder so. Ja, kam so... Der Draht ein bisschen dichter, müssen wir doch noch mal eine Runde laufen auf jeden Fall. Vielleicht kommt es doch noch... Da, 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 da war er wieder. Ah ja, wir sammeln uns die Gänge schon zusammen. Ja. Ja, und schön ist halt, dass es so in seiner Mitte bleibt. Genau. Also, ganz schöne Oberlinie. Jawoll. Ja, jetzt hat es sich ein bisschen gelöst. Also, manchmal ist es eben auch wichtig, dass man sie noch einen Ticken länger laufen lässt. Okay. Ja. Dann könnt ihr das Ganze wieder einfangen. Ja. 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 Na da... Ja. 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 Vielen Dank. 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 ... 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